Make sure you're looking pretty girl for the camera Got your nails manicured in your hair cut cut Fehlt ihr noch? Achso, das sind jetzt alle? Mach doch mal starten, Spaß! Philipp, Philipp, H und mit zwei P Interessant Ihr wisst alle, wie das geht, ne? Äh Sie sind richtige Meister dazwinn, nicht? Ja, okay Jetzt bist du kein Meister darin Was denn? Äh, hä? Oh Gott Was ist... was? Was ist das denn? Alter, what the fuck? Was ist das da oben rechts? Sieht aus wie ein Drucker Okay, okay, tut mir den Gefallen, vergesst das oben rechts einfach einmal Ja, du kannst doch nach dem Holz Ja, das ist klar Weißer Hai so, Alter Da oben sind so zehn Buchstaben, er schreibt den Poli Ich und mein Holo Hä? Hä? Stolzstange Stolzstange Ich will erst ein Auto meinen, ich wollte euch erstmal klar machen, dass das ein Auto ist Aber ich bin raus Die Zeit ist kürzter als sonst, ne? Moment, wa... Ey, ich bin ganz rausgeflogen Ey, er ist rausgeflogen Können wir vielleicht ne neue Lobby oder wo? Nee, du kannst rein joinen glaube ich nochmal Geht das? Du musst auf den Link nochmal klicken Stolzstange Alter Ah, ne Ich weiß ja wohl ein Scherz Easy Bist du wieder drin? Nee Alter, was ist das? Jetzt bist du drin Obelschnutze 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 ist ein super Name Was will das sein, Alter? Was ist das? What the fuck? Der Elefant Willst hat jeder erraten? Das konnte man aber gut erkennen Hat echt jeder Er braucht immer nur den Kopf zu sehen Achso 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 Was ist das? Was ist das? Geiles Begon, Alter Oh Gott, das kann ich doch nicht malen Ähm Boot Ähm Was? Was ist das denn? Ich hab alle drei Wörtrig Ja! Oh mein Gott, ich hab richtig reingelangt Was? Läuft bei dir Hey, ich will nicht mit dem Radiergummi malen Mann, keine Ahnung What? Ah, lo, ich weiß es Was ist das? Ja, ich bin dann auch durch das Ich bin auch nur durch das Ähm Was? Was soll das sein? Ich weiß es wie es mal aussieht Alter, da steht schon Pär, Alter Wenn ihr Da oben Ganz oben Also ganz oben werden die Buchstaben nach und nach freigeschaltet Achso Achso, ja, okay, danke Und oben links ist die Zeit Äh, Nils, das hab ich einfach nicht gesehen Ich hab echt Hä? Hä? Fünf Buchstaben Hitler Warte, das geht doch nicht Natürlich Hey, es kann immer noch Hitler sein, alles gut Ich hab mich verschrieben Ich hab mich verschrieben Oh, trotzdem gewonnen Kannst du nicht sagen, dass du dich verschrieben hast? Egal Die Scheiße Oh, Bestundserraff ist es trotzdem nicht Nö Zehn Sekunden hat er noch Ja, ich weiß nicht, was er mir sagen möchte So ne Höhle Ja, weiß ich auch nicht das war aber gleich zum schluss weil steine normalerweise grau sind deine sind immer schwarz was ist das denn schnee man ja boin fuck alter richtig nice alter jetzt kommt der richtig niseste regenbogen der welt wie ist das denn im regenbogen fuck alter ich weiß was es ist aber mir fällt das wort nicht ein echt nicht ach jetzt durch das o oh das ist ein ali ich bin total auf den schlauch was ist das denn ist das wirklich irland ich hab an ihren gedacht ich hab an sonst was gedacht aber nicht an krowold ist bei irland grün vorne ich weiß es nicht weil ich nicht irland alter ich hatte zwei absolut bullshit aber egal aber ich hätte auch war ein schwarzer kobold was alter was ist das schon wieder das ist wie ein geist äh das hat ein sterben möchte oh nicht warum ist das denn nicht krone das ist ja wohl frech alter warum hä ich hab ne scheiß englische tastatur ich kann kein ö schreiben das drück 1 und 5 ich war der erste verdammt nochmal was ist denn mit hobelschlunze mann ey der sieht ein bisschen stoned aus ich denke zu kompliziert ich denk nicht einfach das ist ein schönes ich hab's grad eben noch vorgesagt ich hab an krow nicht gehört ey arne ist vorne alter arne war eben schon wieder der erste ne fuck ey der büdelt uns davon fein rum danke für den leck arne ah ich dachte es oh ich weiß es das wort ist viel zu lang ach ich muss meine finger warm halten was macht denn da ich hab kein ö oh gott ich hab keine ahnung wie das ding heißt ja ich weiß es nicht ja kann man aber erkennen oder nils oh wie heißt das denn man kanns erkennen wie heißt diese scheiß ich weiß überhaupt nicht was das sein soll zaunahedechse na tschöning wie heißt das wie heißt das ding zaunahedechse ich weiß aber nicht was gemeint ist ich hab ihn nur durch x drauf bekommen diese worte gibts mit x am anfang 1 sage mal jetzt bin ich schon dritter alter jetzt hat mich nils auch noch überholt hättet ihr mich nicht zum lachen gebracht alter dann hätte ich noch musiknoten hingeschmalt aber nein gullideckel oh hä 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 mann nils hat natürlich das richtige wort gewählt ich hab den 50 50 joker gezogen ja ich auch aber war leider verloren das da unten ist voll schlecht jaco wer schreibt denn da pilz alter helikopfter Ohne Helikopfter wäre ich auch nicht draufgekommen, so peinlich es alles ist. Ich habe Hubschrauber geschrieben. Ich auch. Ich habe nicht mal Hubschrauber gedacht, zum Glück. Dann wäre ich glaube ich auch Hubschrauber geschrieben. Aber Hubschrauber ist eigentlich das Normale. Ja. Braun. Was soll das denn sein? Zwiebel. Was ist das denn? Zwiebel. Mit der Ruhe. Das nimmt noch vor man. Tier oder so. Welche Tiere haben 5. Namen? Katze. Hä? Achso. Wie kommen die da jetzt so drauf? Das kommen wir schon drauf? Nein. Ah doch. Oh nein. Ja. Hä, das ist doch ein Pferd. Das passt perfekt von den Namen. Ich habe auch schon ein Pferd. Was soll das denn? Was ist das denn? Oh, Zebra. Woh. Oh. Wohin schonst du strikes back, alter. Alter, ich verkack gerade die letzte��ce. Ähm. Du brauchst doch nicht schreiben. Du hast doch kein Wort ausgewählt. Du hast doch gar nicht zu entscheiden. WTF Alter, egal. Alter, wie fängt man denn ein Strichmännchen an mit einem X? Der wird grad aufgestochen vor seinem Hals. Oh, gleichzeitig. Hä? Japan. Kann nicht von mir. Was ist das? Das nimmt doch vor, Mann. Ja! Ey, Nils, kannst du aufhören so rumzulachen? Achso, lol. Das ist ja großartig. Ich stand aufm Schlauch, ja. Ja, ich auch. Aber ganz ehrlich, wieso hat der auch so ein komisches... Sorry, ich hab mein Strichmännchen verkackt und danach... Das ist mit dem X war so gut. Nein, die Kanone, Alter. Die Kanone sah einfach nicht wie eine Kanone aus. Ja, mein Gott, es sah wie eine Waffe aus. Jawoll. Ah, Alex im Lappen. Ey, das ist so eine Scheiße. Ey, ich dachte, das wäre falsch, weil ich Geschlechter gelesen hab. Dachte ich, das wäre falsch. Geschlecht. Warum, weil ich zu schnell schreibe, ey. Was ist... Alter, ich krieg aber auch... Achso, weil ich Alex gelesen hab, dachte, das wäre falsch. Oh. Sieht ein bisschen hässlich aus. Ja, das war's. Hä? Was? Was? Was ist das? Ist bei euch schon fertig gemalt? Hä? Ja, er ist fertig. Ey, bei mir mehr... What the fuck? Ja, er hat... Was komisches gemalt und einen grauen Kreis. Ja, bei mir hat das aber... Adi hat's raus, ey. Was? Was soll das sein? Adi hat's raus. Ich glaube, ich wohne für Delay, muss ich zugeben. Aber ich bin trotzdem der Schlechteste. Oh Gott. Ist das schlecht, Alter. Das ist so bad. Du bist der Schlechteste. Ich fand's jetzt nicht so schlecht. Alter, ist das Scheiße, ey. Ich fand das auch nicht schlecht. Ich glaub das nicht. Ach du Scheiße. Ach, Teller, ey. Ey, Messer hätte auch voll gut hingebracht. Aber Arne hat mal... Bein zeigt aber auch für'n Teller. Ja. Ist ja auch ein Teller gewesen. Junge, wenn der da einfach nur einen Kreis ist... Ohne Kreis... Einfach so einen Tisch und einen Kreis drauf. Sorry, ein Teller ist halt nur ein Kreis. Nein, nicht schon wieder. Ein Teller ist nicht... Ich hab mich vertippt! Was? Ja, was seht ihr? Ich hab mich vertippt. Bei mir mal hat gar keiner. Alter, witzig. Ich hab da aber schon was hingemacht. Alter. Achso. Jetzt hab ich's gecheckt. Ich auch nicht. Mein Bildschirm ist so dreckig, das geht da rein. Hahahaha. Hahahaha. Er hat irgendwie übel vertippt, ey. Ah, Nils komm ich nicht mehr ran. An Arne auch nicht. Wahrscheinlich überholt mich Lorin gleich. Hey. Mal nimmer, Nils ist immer und Knäckebomber sind immer... Äh ne, nicht nur Nils. Und trockene Haare manchmal. Ah, den malt der gerade. Ja, der ist nur nicht der Erste, weil er gerade malt. Keine Ahnung, was das ist. Ah, ich weiß nicht, was ich da noch malen soll. Äh, ist okay. Ja, ist eigentlich, also... Ausreichend. Mal doch vielleicht noch das Terrain, in dem das... Ja, in der einen Sekunde gönnt ihr einen. Haken, oh. Ja, okay. Hast du ein interessanter Haken, der rund ist? Ist doch so gebogen. Und dann halt eine Spitze drin. Okay, du hast nur einen Angelhaken. Ja, einen Angelhaken. Ich hab einfach an ein anderes gedacht. Ah, du wolltest. Was ist das denn? Was ist das denn? BAM. BEN, ich hab mich schon wieder vertippt! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? What the fuck, Alter? Das geht aber ich. Oh mein Gott. Ich hab das mit... ...fucking OE geschrieben. Ach so, oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh. Die Haare waren wichtig, ne? Fuck, Alter. so hätte ich menschen auch in der grundschule gemalt oh gott alter das kann ich doch niemals zeichnen okay irgendwas komisches oh fuck das soll ein schwarzer ich was was nein ich bin so hässlich ich wüsste auch das ist ein waschbecken ich dachte ganz ehrlich das wurde sogar laut gesagt ja was ist der orangene strich ich habe doch gesagt das soll andere ich kann auch noch überholen der ist noch ein bisschen 100 punkte ich bin jetzt anstrengend ich weiß ich weiß ich wollte ein like drücken nein ich weiß wie ich das machen soll oh scheißspiel danke hast schon mal 15 sekunden vergeudet ähm ja danke gern geschehen hey das ging doch voll was soll ja tipp mal ein nein es ist keine k-brätsel man k-brätsel ey was soll das sein du dich verarschen oder da steht k- und da steht ne ich fand k-brätsel eigentlich nicht ich hab k-brätseln aufgetippt oh mein gott du hast recht oh oh das war richtig knapp ey da hast du 60 punkte schon noch abgeholt ne ja ich hab Arne überholt oh nein jetzt krieg er keine Punkte gemacht Junge was sind das ich mal das da oh alter zogen weiß zack zack oh ich hab richtig gefällt das sieht absolut nicht so aus was ich gemalt hab ich muss wieder wegradieren ich hab irgendwie ein bisschen gefehlt so wollt ich das malen hey ich kann nicht malen mehr ach ich bin doch auf Radiergummi Junge jetzt mal doch mal was Junge ich war noch auf Radiergummi man was ist das denn ach so ok was ist das für ne scheiße ich weiß das ich weiß das keine Wunderlander Junge dann sieht man doch was das ist kein Fleischwolf hä das ist ein ja das ist richtig gut das ist ein was ist da ich weiß das das ist so scheiße ihr seid so geliefert alter was ist eigentlich oh gott krass ist das schlecht scheiße alter ist das scheiße alter ist das scheiße das sieht absolut kacke aus kacke Alex ja aber so sieht man es nein ja siehste aber so sieht man es ja siehste aber so sieht man es dann steckt da irgendwer in einem Eierbecher oder so ja ich dachte bitte was das ist doch ein Fleischwolf und Mensch was das war das letzte mit wie viel hat Arne gewonnen mit 25 Punkten alter ich kacke ab nur weil er es als erster erraten hat war das scheiße das war absolut schlecht gut dass wir alle so einig sind mit 8 wird die 2 2 1 8 1 ein 3 3 3 4 4 5 5 Bis zum nächsten Mal.